Er hat in Lautern, in Nürnberg und in Stuttgart Fußball-Bundesliga gespielt. 87 Mal für die tschechische A-Nationalmannschaft. Er ist Vize-Europameister 1996. Müssen wir ja ein bisschen froh sein, weil wir gewonnen haben mit Oliver Bierhoffs Golden Goal. Trotzdem und ein ganz besonderes herzliches Willkommen an Pavel Kuka! Wir begrüßen einen fantastischen Fußballer aus der Mann-Decker-Schule von Waldorf-Mannheim. Bei denen stehen auch Ballerkitten drauf. Sie heißen Luis.